Moin liebe Zuschauer, ich stehe hier mit Rüdiger Kruse, dem Direktkandidat für Einsbüttel der CDU und mit dem Bundeskanzleramtsminister Peter Altmaier. Herr Altmaier, Sie unterstützen Herrn Kruse im Wahlkampf. Was schätzen Sie an ihn? Erstmal Moin. Ich schätze an Rüdiger, dass er mit ganz großem Herzen und viel Sachkenntnis dabei ist. Er hat sich in acht Jahren im Haushaltsausschuss eine ganz starke Stellung erkämpft. Das hat zur Folge sehr viel für Hamburg tut, aber seine Hauptwirksamkeit ist in der Bundespolitik, wo er dafür sorgt, dass wir die Schuldengrenze einhalten, wo er dafür sorgt, dass wir Gelder auch zur Verfügung stellen für sozial Schwächere, für Nachhaltigkeit, für Umwelt- und Klimaschutz. Das ist eine ganz, ganz große Unterstützung und Hilfe und deshalb wünsche ich mir, dass er mit dem Vertrauen seiner Bürgerinnen und Bürger ausgestattet wieder im nächsten Bundestag ist. Herr Kruse, großes Lob. Sie dürfen es gleich zurückgeben. Was schätzen Sie an Herrn Altmaier? Besonders schätze ich, dass er immer ein offenes Ohr hat für diese Langfristthemen. Es ist ja immer kurzfristig gibt es eine Krise, aber Nachhaltigkeit ist ein Thema, was über Jahre geht. Da haben wir in diesen acht Jahren, sei es als der Umweltminister war, als der Parlamentarische Geschäftsführer war, immer konsequent an diesem Thema gearbeitet und das lohnt sich und wir haben wirklich in diesen Jahren Erhebliches erreicht. Herr Altmaier, waren Sie vorher schon mal im Bezirk Hasbüttel? Ich war ganz oft in Hamburg und manchmal weiß ich gar nicht, in welchen Bezirken ich dann überhaupt bin, weil ich nur die Einladung zum Restaurant oder zum Tagungsort habe. Ich glaube, es war jedenfalls der erste offizielle Besuch hier und ich war sehr beeindruckt, weil trotz des Hamburger Wetters ganz, ganz viele Menschen da waren. Sie haben gewartet, bis wir kamen. Wir waren verspätet, weil der Termin davor ein bisschen länger war. Das ist hier eine sehr sympathische Gegend und ich werde sicherlich noch mal wiederkommen. Das ist schön zu hören. Sie gelten ja auch als sehr enger Vertrauter von Kanzlerin Angela Merkel, die jetzt ja schon zum vierten Mal kandidiert. Kann sie noch nicht so richtig loslassen oder gibt es einfach keinen geeigneten Nachfolger an der Partei? Ich glaube, dass Angela Merkel vor allen Dingen auch deshalb wieder als Bundeskanzlerin zur Wahl steht, weil die Menschen in Deutschland möchten, dass sie weiterhin Verantwortung für unser Land übernimmt. Angela Merkel hat Deutschland in den letzten zwölf Jahren auf einen guten Kurs gebracht. Wir haben in fast allen Bereichen Fortschritte erzielt, nirgendwo Rückschritte. Es geht vielen Menschen heute besser als vor zwölf Jahren. Die Arbeitslosigkeit ist halbiert. Und deshalb möchten die Menschen, dass diese Bundeskanzlerin weiterhin für Deutschland da ist und Verantwortung trägt. Ich erlebe sie sehr energiegeladen. Ich erlebe sie mit Elan und mit Tatkraft. Und ich glaube, dass ihre Wiederwahl eine gute Wahl ist für unser Land insgesamt. Herr Kruse, Sie haben ja auch gesagt, dass Sie für die nächste Legislaturperiode noch viele Aufgaben sehen. Was steht denn konkret an? Also das, was wir uns erreicht haben, wollen wir natürlich fortsetzen. Was ist das? Wir haben zum Beispiel den Kulturetat in diesem Land. In vier Jahren haben wir 1,8 Milliarden mehr ausgegeben. Der Grundetat sind nur 1,6. Das heißt, das ist überall wirksam gewesen. Und das ist ein Bereich, der den Menschen die Lebensqualität erhöht. Das soll fortgesetzt und ausgebaut werden. Es müssen mehr Menschen die Möglichkeit haben, unsere Kultur zu schätzen und zu erfahren. Das gilt für dazugekommen. Das gilt auch für alle von uns, weil viel zu wenige das nutzen können bisher. Wir wollen vorankommen im Bereich der Nachhaltigkeit. Und da ist zum Beispiel Eimsbüttel so eine Werkstatt und Labor, weil wir sehr typisch sind für eine Großstadt. Und hier kann man mit Bundeshilfe zum Beispiel emissionsfreien Nahverkehr schaffen, bessere Vernetzung der Systeme und die Digitalisierung nutzen. Das sind die Themen, die ich voranbringen will. Und ich denke mal, da ist in vier Jahren viel zu tun. Hört sich gut an. Sie haben ja beide im Bundestag für die Ehe für alle gestimmt. Gelten Sie damit in Ihrer Partei schon als progressiv? Also wir gelten als verlässlich. Und von uns beiden wusste man, dass wir dieses Thema so sehen und dass es uns wichtig ist und was das Entscheidende ist, wir haben uns, es gibt unterschiedliche Meinungen, wir haben uns da sehr sachlich immer ausgetauscht und es ist keine Anfeindung gewesen, weder in die einen noch in die andere Richtung. Und insofern, vielleicht sind wir großstadtliberal, ich weiß es nicht, aber wir gehören zu den Leuten, die die Partei auf einem guten Kurs halten. Muss man sich da dann vielleicht trotzdem mal was anhören oder viel diskutieren? Also erstmal hat der alte Fritz schon vor 300 Jahren gesagt, im Reußen soll jeder nach seiner Person selig werden. Das galt für die Religion. Ich glaube, es gilt für viele Lebensbereiche. Die Frage, ob jemand ein guter oder ein schlechter Mensch ist, hängt nicht damit zusammen, wie seine sexuelle Orientierung aussieht. Wir haben diese Entscheidung getroffen. Die war für niemanden von uns leicht, auch nicht für Rüdiger und für mich, weil man abwägen musste auch die Gefühle vieler unserer Wähler und Parteimitglieder und auch die Gefühle der Betroffenen. Aber ich habe festgestellt, in all meinen Veranstaltungen quer durch Deutschland, es ist fast nirgendwo ein Thema. Ich habe mir eigentlich kaum was anhören müssen, weil ich glaube, dass die Menschen heute ein Stück weiter sind und dass sie diese Entscheidung des Gesetzgebers akzeptieren. Herr Altmaier, Sie sind ja auch intensiver Twitter-Nutzer. Wie bewerten Sie denn die Rolle der sozialen Medien im Wahlkampf? Die Rolle der sozialen Medien im Wahlkampf ist ganz sicherlich nicht so stark wie in den USA oder in einigen anderen Ländern. Trotzdem sind diese sozialen Medien wichtig, weil vor allen Dingen junge Menschen sich darüber austauschen auf Facebook, auf Twitter und weil wir auch Menschen erreichen müssen, die keine Zeitung lesen, die nicht die Nachrichten im Fernsehen schauen oder Radio hören. Denn unser Interesse muss es doch sein, dass die großen politischen Fragen allen Menschen nahegebracht werden, dass sie darüber diskutieren können. Und ich lerne aus Twitter eben auch, wie andere Menschen denken. Das, was anderswo diskutiert wird, kann man dort nachvollziehen. Deshalb ist es eine Ergänzung. Aber der eigentliche Wahlkampf findet statt im persönlichen Kontakt mit Menschen, so wie hier jetzt eben bei der heutigen Diskussion. Aber befördert möglicherweise der Wahlkampf im Netz auch Populismus? Ich stelle fest, dass die größten Populisten, nämlich die von der AfD und die von der Linkspartei, gar nicht so sehr gut auf Twitter unterwegs sind. Die kriegen ihre Botschaften über die klassischen Medien unter die Leute. Man kann auf 140 Zeichen, die man auf Twitter hat, auch sehr vernünftig und sehr sachlich argumentieren. Das hat Rüdiger gezeigt. Das nehme ich für mich in Anspruch. Deshalb, dieses Medium ist neutral. Es hängt immer davon ab, was man daraus macht. Herr Kruse, Sie wünschen sich ja für die neue Legislaturperiode eine Alleinregierung der CDU. Wie stehen Sie denn zu den politischen Ansichten der CSU? Die CSU hat für Bayern und auch für Deutschland viel erreicht. Und es ist ja unsere Schwesterpartei. Und es gibt Leute in der CDU, die sind vielleicht konservativer als die Vertreter der CSU und umgekehrt. Aber aus der Zusammenarbeit mit der Landesgruppe im Parlament weiß ich, dass die eine sehr gute Politik machen. Und natürlich haben Sie ein Grundinteresse für Bayern. Das ist legitim. Ich habe als Hamburger CDU-Vertreter auch meine Hansestadt immer mit im Blick. Die Zusammenarbeit ist gut. Das funktioniert. Und wir haben gemeinsam für Deutschland viel erreicht. Vielleicht nochmal Stichpunkt Grenzkontrollen. Wie sehen Sie das? Ich glaube, man muss mal schauen. Die CSU hat zwar ihre kritische Stimme erhoben, aber kein Bundesland hat das so hervorragend organisiert wie Bayern. Und die haben die Hauptlast getragen. Und es kommt immer auf die Leistung drauf an. Und dann darf man auch Forderungen stellen. Und ich finde, dass das in einem sehr guten Maße geschehen ist. Und die Bundesregierung insgesamt hat dieses Problem ja auch gut gestaltet. Dann noch eine letzte Frage. Falls die CDU wieder regieren sollte, wie sehen Sie Ihre Rolle in Zukunft als engagierter Parlamentarier? Auch nochmal auf ein Ministerium geschielt vielleicht? Also ich schaue mir immer im Ministerium an, im Haushaltsausschuss. Aber das ist so eine deutsche Frage. Weil Parlamentarier ist die größtmögliche Gestaltungsmöglichkeit mit größtmöglicher Freiheit. So, und das ist was wert. Und wenn man, ich denke, Möglichkeiten. Ich habe gute Möglichkeiten im Parlament. Und ich bin schon mal sehr dankbar, wenn die Bürger mich da hinschicken. Und dann schauen wir, welche Aufgaben wir bekommen. Aber Mitglied des Deutschen Bundestages zu sein, ist eine hervorragende Chance. Wunderbar. Vielen Dank. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für das Interview. Dankeschön. Und toi, toi, toi. Danke.